Hast du ihn? Verstehst du? Ja. Oh ja. Ja, Sir. Oh, fuck. Ah, mein Zeug hat gebraut. Nee. Super. Also das alte Lager ist draußen. Ja, nur jetzt hier. Da durch. Hier ist ein Stück davon abgeschlagen. Haha, echt? Ja. 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 Ich denke, das kann man wohl als Zeichendach. Das war's. 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 Das ist gerade. Noch nicht ganz. Das zieht sich hin. Vielleicht. Danke. Das war's. Ja. Da ist Schluss. Meinst du? Ja? Ja. Dann sind wir jetzt am Sprengring dran. Von der anderen Seite oder wie? Ne, ne. Die kommt auch von mir rein. Oh. 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 Der Dreck sprang gleich ins Dreck und Rast. Tja, der ganze Schmantel. Ich kann mitziehen an der Spurstelle. Hier? Oh. An der Spurstelle. Okay. Scheiße. Wie macht man das denn dann? Das ist doch dran. In dem Fall musst du jetzt nicht die sehen können, sondern ich. Ja. Warte mal. Lass uns das nicht nehmen. Okay. Oh ja. 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 Oh ja.